So! Der funktioniert wunderbar. Gehen wir mal runter. Oh! 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 Ok, Rückweg abgeschnitten. Scheisse! Wow! 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 Oh nein! Ah! Nein! Ah! Let's go! Hallo? Ah, salut! Dr. Freeman, I presume. Schön, ja, ok. We better hurry. The Combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. Wow! Wow! Lady? Dr. Kleiner said you'd be coming this way. Ha! I don't think it occurred to him that you might not have a map. Combine, aber das sind übrigens die Armee. My father worked with you back in Black Mesa. I'm sure you don't remember me though. Ahem. You have a few words, aren't you? Ja, voll. Also, anscheinend ist es wirklich ein paar Jahre seither, seit ich das letzte Mal zum Einsatz gekommen bin. Das heisst, ich bin irgendwo ein paar Jahre in einer Dimension, wo nichts passiert ist. Ja, dein alter Administrator. Ok. Don't get my dad started on Dr. Breen. Ahoh. Ahoh. Sie läuft recht oft rückwärts. Sie hat wahrscheinlich Angst, dass wir ihr auf den Arsch schauen. Scheissparamide Kuh. Und für ein Game haben sie es eigentlich noch relativ schön gemacht. Muss ich auch so sagen. Ja, ihr Arsch. Ich rede von ihrem Arsch. Sie ist ein Game-Charakter, ich weiss. Und trotzdem ist es schön designt worden. Ja. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Hui. Aha, ich bin gleich über dich drüber. Hehehe. Okay, ein besserer Weg, also Fluchtweg durch den Kanal. Ja. Let me buy you a drink. Ja, ich will ein Drink. Ich will ein Drink. Hä? Oh, and by the way. What? Nice to finally meet you. Ja, gleichfalls. Ah, da ist keinem Zeichen, wie ihr wieder gesehen habt. Okay, das... Das ist keinem noch mehr. Lamar! Come out of there! Uh oh. Everything all right, Dr. Kleiner? Oh, hello, Alex. Well, almost all right. Lamar has gotten out of her crate again. If I didn't know better, I'd suspect Barney of trapping and... My goodness. Gordon Freeman. It really is you, isn't it? I found him wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Dr. Freeman. Even if trouble does tend to follow in his wake. Hallo, ich habe die Welt gerettet. I must say, Gordon, you come at a very opportun time. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for this. Nonsense. Your talents surpass your loving. Let's just see if this thing works, okay? Well, is he here? There you are. Man, Gordon, we stirred up the hive. We can't keep him here long, Doc. It'll jeopardize everything we've worked for. Don't worry. He's coming with me. That's right, Barney. This is a red-letter day. We'll inaugurate the new teleport with a double transmission. You mean it's working? For real this time? Because I still have nightmares about that cat. No, no. There's nothing to be nervous about. What cat? We've made major strides since then. Major strides. What cat? Doc, since he's not taking the streets, you might as well get him out of his civvies. What? Oh dear, you're right. I almost forgot. Barney, I'll give you the honor. I've got to get back on my ship. But okay. Yay! Here we go. No! Headcrap! 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 Lamar! There you are! I thought you got rid of that pest. Certainly not. Never fear, Gordon. She's de-beaked and completely harmless. The worst she might do is attempt to... couple with your head. Fruitlessly. Get that thing away from me! Yeah, my pet. Hop up! No! Hop up! There! No! No! Careful, Lamar! Those are quite fragile! Oh, fey! It'll be another week before I can cook her out of there. Yeah. Longer if we're lucky. Barney! You're not an animal person! No! 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 Sorry, I'm not going to use it. Well, Gordon, go ahead! Swip into your suit now! Yes! Look at him! We never see him anymore! Because I have a A! Well, Gordon, I see your AGV suit still fits you like a glove. At least, the glove parts do. I've made a few modifications, but I'll just acquaint you with the essentials. Now, let's see. Ooo, he, he. He he! He he! The Mark 5 hazardous environment suit has been redesigned for comfort and utility. Oh dear! Doc, we don't have time for this! At least, get that suit juice up, Gordon. Good idea! There's a charger on the wall. I've modified your suit to draw power from combine energy outlets which are incredible wherever they patroll. Combine is that actually? 25? Er, full easy! Aber ich möchte euch noch geschwind etwas zeigen. Ah, warte, ich warte. Das ist auch noch cool. Kaching! Die gibt es natürlich immer noch. Also, ihr seht hier eine riesige Maschine. Und jetzt schauen wir nachher das Labor an, weil er hat noch... Nein, das ist nichts. Ja, jetzt... Da ist er in Kleinform und ihr seht, was hier passiert. Tju! Einen Teleporter, um den Weg für die Flüchtlinge zu erleichtern. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur noch zurückziehen. Tju! Lassig. Ich will irgendetwas nehmen. Und das auch... Mal schauen, ob du für einen Platz tauschen. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Ich glaube es zwar nichts. Es ist nicht problemiert für das. Äh... Egal. Auf jeden Fall können wir hier noch die Kameras anschauen. Oh, oh. Kennen Sie diesen Mann? Hä? Ganz recht. Das ist der G-Man. Und dann... Sonst sieht man nichts. Auf jeden Fall wird alles überwacht und sie haben sich einfach hier eingehackt. Oh... Ja... Frau. Wauw. Wauw. Jehle, meine Augen. Oh, shit. Gordon, warum nicht dich vor dem Panel nach dem Pronto und warte auf meinen Werk? Isaac, sind Sie da? Ja, ja, Eli. Ja, Eli. Das ist nicht das, was ich. Das ist nicht das, was ich. Das ist nicht, was ich. Und es ist unser Ziel, zu senden ihm, in der Familie, in der Familie, in der Familie, Ihr Freund. Ihr bereit für uns, Dad? Wir sind all set. Dann, wir machen es. Der Masse, die Masse-Less Fieldflux sollte self-limit und ich habe die Manifolde parameters zu C1-Vase und LG Orbifold überkonflüssig. Die Masse, die Masse, die Masse, das war, die letzte Mal. Hey, ja, das Tag. Initializing in 3... 2... 1... No, Finskicks. What now? Uh, Doctor, the plug. Dear me, you're right. Excellent. You gonna let Gordon throw the switch? Gordon, go right ahead. Very good. The final sequence, commencing, now. I can't look. We heard something from a cat. Well, did it work? Sleep for yourself. What? What? Thank goodness. My relief is almost palpable. Fantastic work, is it? Well, I can take all the credit. Dr. Freeman proved an able assistance. Let's go ahead and bring Gordon through now. Right you are. Speak to you again in a few moments. Good job, Gordon. Throwing that switch and all. I can see your MIT education really pays for itself. Well, it's good, Barney, hold up. Gordon, as soon as you're in position, we'll send you to Eli's. And not a moment too soon. Close. Excellent. Initializing in three, two, one. Uh, Barney, if you'd be so kind. Good luck out there, Gordon. Yes, indeed. We're ready to project you, Gordon. Au voyage, and best of luck in your future endeavors. Final sequence. The hell? What is it? It's your man with a freaking headhopper! Lamar, Teddy, throw out! Oh no! Lamar? Where is Lamar? We didn't forget about that thing! I heard that before you leave me. I'm not sure. It takes to be some kind of interference. Gordon, stay put! You get your... Something is drawing him away! What's the meaning of this? Who are you? How did you get in here? He's in beautiful! I'm getting him out of there! You can't just wait! It's revealed! It will feel you apart! You've just lost, Gordon! What's going on? I wish I knew! I'm encountering unexpected interference! Don't worry, Gordon! There he is! We're losing him again! I'm all but certain it was... Gordon Freeman... What? What? He didn't come through! Then where is he? Behind you! Shut it down! Shut it down! Shut it down! Gordon, you must get out of here! What? Get down out of sight! I'll come find you! No! No! You just crossed out! I got cut out! No! No! I want not to do this! No! You can't always turn the door 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 door! Egal. Jetzt kommt dann eh wieder ein Ladendaten und ich spüre es. Oder ich habe es noch gewusst im Unterbewusstsein. Wer weiss. Das sind übrigens so Fotografierdinger, die jetzt ausströmen, um mich zu suchen. Weil der Teleporter mich in sein Büro dort oben gebracht hat. Ich glaube auch, es ist das Gebäude, ich bin aber nicht sicher. Hey Gordon! Hey! The Citadel is on full alert. I've never seen it lit up like that. Get out of City 17 as fast as you can, Gordon. Take the old Canals, right? They'll get you to Eli's Lab. It's a dangerous route, but there's a whole network of refugees and they'll help you if they can. I'd come with you, but I gotta look after Dr. Kleiner. Oh, and before I forget, I think you dropped this back to Black Mesa. Good luck out there, buddy. You're gonna need it. Die erste Waffe aus dem Half-Life 1 ist klassischerweise die erste Waffe aus dem Half-Life 2. Als ich das erste Mal gespielt habe, dachte ich, wow, schau mal, wie das Holz weggefallen hat. Aber ja. Wir müssen jetzt ja durch die alten Kanäle. Das ist nicht sehr spassig. Vor allem das da überall noch. Wo die Gegner sind. Arra! Kuchen, nein! Du saftes. Das ist eine Granata, das war ein roter Leuchter. Ich hab's gesehen. Okay, sonst ist er. Wow, 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 wow. Ich tu natürlich wie übertrieben, aber mit dieser Musik kann man einfach mal geil. Durchhören. Au, 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 au. Au, 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 au. Ich kann jetzt endlich speeden. Schau mal, wie schnell es ist. Lädedatum. Ah, immer an den Stellen, wo so geil Musik ist. Hups, entschuldige. Los! Los! Also... Kanalroute! Sehr schön, was haben wir da? Ah, Putzmittel! Eine heile Statione! Sehr schön! Help me! Stop! Hey, hey! Hey! Ja, I'm sorry, dass ich nicht früher gekommen bin. Ich hätte echt gern gehofft. Ich tu noch etwas... Ah... Hey, nein! Wie viele Schüsse habe ich jetzt gebraucht? Sprengschüsse, äh, Fässer... Nein, jetzt hat sich da Vögelchen gehabt. Schade. Wow, wow, wow! Da ist der FPS recht tief runtergesackt. Sorry. Okay. La Framerate. Ich muss da drüben.